Servus YouTube zu einer neuen Folge von Let's Play CastleStorm! Wir wollen jetzt die Erzmenina einnehmen, müssen uns aber da mit abtrünnigen Rittern anscheinend rumschlagen. Die Burg oder erober die Flagge. Ich glaube, Flaggen erobern sind doch normalerweise. Einfacher. Erziele mindestens 20 Kopfschuss-Skills. Meine Burg, da kann ich auch eine bessere wieder nehmen. Mit einem Trainingsraum. Warte, der hat aber mehr. Nehmen wir es einfach mal. Sieht gut geschützt aus dadurch. Wir müssen... Ja, okay. Das ist unser neuer Zauber. Eigentlich muss ich die mal upgraden, alle. Wir beginnen die Schlacht. 20 Kopfschuss-Skills. Das kriege ich doch irgendwie hin, oder? Im Hintergrund, wie die Minen war einfach. Das Level-Design ist äußerst schön. Oh. Was ist das für ein Berg? Im Namen seiner Majestät, König Edgar, erkläre ich die Minen zum königlichen Eigentum. Sir Brutus. Wir dienen keinem König und unterwerfen uns nur unserem Fürsten. An den roten Uniformen hätte ich es erkennen müssen. Und wer soll dieser Fürst sein? Es ist Fürst. Stand aside! Das geht euch nichts an. Euch hat nur zu interessieren, dass es unsere Mine ist. Und dass ich sie nicht kampflos aufgebe. Dann werden wir kämpfen. Okay. Eine Flagge? Ach so. Ah, jetzt macht es Sinn. Nicht aus der Mitte dieses Teil rausholen, sondern... Ah, ich muss auf den Berg aufpassen. So viel zum Heiler. Du hattest da was im Kopf stecken, Ritter. Komm, ich brauche ein paar mehr Gegner. Das wird zu hoch. Schon wieder zu hoch. Perfekt. Ich muss die fünf killen. Dann habe ich wieder einen Rampage-Mode. Nein! Wie gesagt, ich muss die fünf killen. Flucht! Hör auf, dich zu schützen. Das stimmt ja. Ich muss der Kopfschuss-Treffer schaffen. Hauen wir mal... da was hin. Am besten noch was Höheres. Oh. Das fällt doch nicht um, oder? Great shot! They're not paying me enough! They fall like flies! Das ist blöd mit dem komischen Teil dort oben. Ich glaube, hier brauche ich doch meine Truppen. Okay. Bogenschützen. 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 Okay. Truppen habe ich jetzt. Jetzt nehme ich den da. Schnitzen da alles nieder. Öffne mal hier die Tür. Kommt, meine Ritter. Holt euch die Flagge. Das beenden wir jetzt. Ziemlich schnell. Aber sie haben sie ja wieder. Mist. Boah, der killt jetzt meine Truppen ganz schön gut. Mist. Mist. Ah, die bringen es... Die bringen es auch wieder zurück. Okay, gut zu wissen. Das ist ganz okay. Ich brauche ja sowieso noch mal Kopfschutztreffer. Bestimmt. In den Kopf. In den Kopf. In... Ah, das war der Bauch. Kopf. Kopf. Da müssen wir uns halt hier unten durchbomben. Das geht ja auch. Kopf. Nochmal Kopf. 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 Ah, das war nicht der Kopf. Das war der Kopf. Blöder Archer. Der hat meine Serie vernichtet. Okay. Weiter geht's. Jetzt brauche ich wieder Tropäen. Am besten. Bogenschütze. 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 Bereite. Bereite. Normale Truppe. Den Held wieder. Und greif mich an. Oh. Die Ratten. Ups. Das ist ein Problem. Ich werde wahrscheinlich die Burg zerstören müssen, weil... Die sind einfach zu... Hochgelevelt. Meine zu niedrig. 12-4 ist halt nix. Naja, wir kommen so auch durch. Nein, daneben. Aber langsam wird's leichter. Move, you stubborn, you. Oh, 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 oh. Yes, my name is. I serve the kingdom. Dum, dum, dum. Dann warte ich einfach mal ein bisschen. Und werde jetzt spawnen. Wenn, dann soll ich die Schüsse abgetrunken. Und schütze sie in ihre Schüsse abgetrunken. Zu uns. Zu battle. Die Flage verabschiede. Unsere Gruppen haben verabschiede. Die Flage verabschiede. Die Flage verabschiede. Die Flage verabschiede. Die... Die... Stirb. Oh, das halten sie jetzt sogar aus. Dann bomben wir doch mal wieder rein. Ja, schaut euch das an. Totale Zerstörung. Nee, ich muss hier erst das Gebäude zerstören. Das wird sonst nix. Die Ratte schießt meine Truppen zu gut ab. Ob das ist mal der falsche? Einfach mal von allem etwas. Oh, ja. Kommt. Ich schieß euch alle nieder. Na. Nein. Nein. Blöder Berg. Gerade wo ich Rampage-Mode habe. Schön, schön, schön. Warte. Nee, da lebt keiner. All right, buddy. Let's go. I serve the kingdom. I answer the call. I serve the kingdom. All right, buddy. Let's go. All in for duty. Attack! Whoa, das war knack. Ah, jetzt hat er ein Problem. Ach, der hat die Flecke. Das war gar nicht mal schlecht. Ich glaube, das wird jetzt was. Ich bin ein Problem. Oh, das war. Rein weg, du, Mann. Der Mannen hat sich verraten. Oh, das war. Oh, das war. Der Mannen hat sich verraten. Kopfschlüsse habe ich bestimmt genügend. Ich brauche neue Tropfen. Wir haben gewonnen. Neue Truppe freigeschalten. Katapult-Träger als schwere Artillerie ist da eine Bedrohung für Burgen und Truppen. Sehr schön. Sorgt für schnelle Abkühlung der Waffen. Ein neuer Raum. Ah, Abkühlung, ah, dann kann ich sie öfter einsetzen. Jawohl, YouTube, ihr habt es geschafft. Die Mission war jetzt sogar ziemlich länger als sonst. Was ist das? Wähl deine Mission, die Vögel, Story-Mission, Nebenmission. Mach mal eine Nebenmission, die Vögel. Überlebe den Angriff. Absolviere die Mission in 1,30. Okay. Was ist hier? Was? Truhtähne. Mich greifen Truhtähne an. Starke Truhtähne. Fliegende Truhtähne. Und... Haben die Kürbisse auf? Lass mich in den Ohr! Ihr sollt mich in Ruhe lassen. Ein super Huhn. Tutor. Whatever. Boah, die Fliege. Ah, ich muss nach oben. Scheiß, Maus. In den Hintern. Komm, ich hab keine Zeit. Wo sind sie? Geschafft. Oh yeah, Baby. Rezession war im Arsch. Sagt er? Okay. Das war unten. Ah, jetzt ist es freigeschalten. Aber hier war... Wütende Eber. Na komm, das machen wir auch noch. Jage die Eber. Verdiene mindestens 3000 Gold. Das probieren wir auch gleich. Oh, sogar mit Text. Und... Hilfe! Lauft, alter Mann! Wütende Eber. Jagd die Eber. Okay. So. Verdiene mindestens... 3000 Gold? Das sind ja einige. Bullseye! They fall like flies! Killsträhne. Ah, durch Killsträhnen kriege ich ja extra Gold. Okay. 25. Ja, langsamer. Ja, das kann ich aber nicht gebrauchen. Nicht hier. Ich muss Präzision. Mutant. Mit einer Killsträhne und Kopfschüssen gibt's extra Gold. Gold. On the fire! On the fire! Das ist relativ einfach, diese Mission. Die machen voll die Killsträhne halt. Oh, die geben jetzt 50 auf einmal. Was ist das noch mal? Achtzehn. 19. Das gibt... Ach, Asterix und Obelix wären stolz auf mich. Meine Liege. Feuer! On the fire! Oh nein! Nein! Mist. Haben wir nicht geschafft? Ich hätte wahrscheinlich ihn immer treffen müssen. Schade. Naja. War ne... Einfache Mission. Sehr einfach. Okay. Nächstes Mal werden wir Verbrechensprävention betreiben. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, YouTube. Ciao, YouTube. Ciao, YouTube.